gleich mann 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 ja nie lecker melonen ja habe ich gerade ich habe man wo scheiße und gibt es keine mann große mein kopf das fände ich noch eine coole erfindung musste glaube ich tropicraft ins alien haste mann gut in den kraft sich mann muss in real life und im game trinken boah das wäre so cool weißt du das hatten wir nämlich auch schon im letzten part haben wir uns überlegt nicht im letzten part im letzten gast haben wir uns überlegt dass man doch trinken in minecraft eigentlich auch so eine coole idee wäre das ist dann noch betrunken sein oder mixen was cocktail mixen und dann mit diesem trunken dieser trunkenheits potions durch die gegend torkeln genau dranken 2 und so das wäre schon cool so cocktails mixen vielleicht sollte ich mir mal ein mod dazu bauen oder suchen es gibt eigentlich es gibt alles in motto gibt es ist es ist so also moden mit crafting rezepten und neuen items ist kinder leicht also im gegensatz zu manch anderem jedenfalls das könnte ich sogar selber noch bauen der ist immer noch da übrigens der gast ja aber ich habe jetzt ein bogen und sieben pfeile also wenn uns noch mal die quere kommt filter ich höre ihn auch noch ja das ist genau hinter den berg da wo wir jetzt reingehen ist genau dahinter geflogen da lass mich vor ich bin ja hart bewaffnet hier mit mit standgewehr und so pvp hier gegen geister und muss er sein oder ja okay das stimmt gerade ein bisschen in den lachen weil er schießt von der lava haus vorsicht hoch er so dämlich aus oh gott der schießt mit dem boden unter füßen weg sie ja schon geil dass man hier so rüber rennt boah nicht die maus verreißen da hat man ein problem einfach die maus stehen bleiben lassen komm herr du sagst gehst du got you weg zwar haben wir die gast hier nicht bekommen aber er ist auf jeden fall in ewigen jagdgründen des netters gibt es eigentlich in der hölle eine hölle ich glaube wenn man hier landet dann ist man schon ist man schon durch hat man schon ein problem sie schon gerechten da muss ich doch gerade wenn es um hölle geht wieder eine album aus album empfehlung aussprechen und zwar für namen vergessen für bring mir die horizon die album der erste herr du lief mir als sie in der röse heaven let's keep it a secret heißt es glaube ich vor der komplexe namen für ein album ja es ist ein bisschen lang ja ja aber es heißt eigentlich so ich habe auch erst los geguckt so was fällt jetzt fängt es jetzt fängt es an zu trollen ok ja 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 ich kann es gleich alleine machen dann du hast dich gerade schon angeboten sind es von drei hoch oh das sind zwei hoch halt stopp kommando zurück da abbauen so na ne ich weiß gar nicht was du vorst pfff du hast ein pfeil im kopf das ist ein wunder wenn du einen pfeil im kopf schießt dann habe ich logischerweise ein pfeil im kopf mhm das ist inzwischen also immer noch nicht drei hoch hä ja gut ah scheiße die flugphase war aber schön ne symmetrische äh parabel ne sie war echt schön also man hat schön den aufschlag und alles hat man mitbekommen jetzt könnten wir uns eigentlich überlegen die wieder ans tiefer zu machen dann haben wir hier so einen klumpen zick zick oh ich finde das schön wie schnell das vorangeht also ich hätte nicht gedacht dass wir es schaffen beim zweiten gast schon bald hier durch zu sein das ist cool dann kannst du meinen dritten gast chillen kannst du jetzt ja keine ahnung außen hinsetzen eine stunde ja wir setzen einfach eine stunde hin und gucken uns an was wir schönes gebaut haben hast du übrigens deine gäste vor dir gebaut jetzt kannst du dich ausruhen ja genau ich lass mir jetzt doch nur noch gäste hier kommen und baue selber nicht mehr ich habe es genug gebaut in minecraft in meinem leben ich mache jetzt nix mehr ich schmatze dir ins gesicht so ist es so ich würde hier noch irgendwie ein zwei fackeln oder so hinstellen damit hier nicht gleich irgendwas spawnt das stimmt so hier können wir jetzt so ein weißt du ich habe hier so einen klippenweg habe ich keine spitzhacke ich habe hier so einen klippenweg im kopf dass man hier so quasi so ein bisschen immer so ein bisschen tiefer immer kommt nie viel nur so ein bisschen habe ich gerade eine spitzhacke gesammelt ne ich habe sie dir gerade abgegeben achso ne ich habe hier noch eine wäre gar nicht notwendig gewesen sag bitte kurz treu modus aus ich mache gerade hier klippen kann man hier ne hier gibt es kein block update treu modus aus bitte bitte nicht schießen und auch das wäre wieder so wunderbar was für vorne dran vorm video ich stelle mir das gerade vor bei dir weißt du so ganz am anfang vor video wie ich so da steht treu modus aus bitte nicht schießen ahaha genial ich hätte nicht ich hätte nicht mal was zu verlieren das kannst du sogar machen das einzige was du verlierst sind ja deine sachen das habe ich mir ja nicht mal erarbeitet ich könnte mich jetzt sogar ich gehe kurz nach hause hol dir die hatten eine kräfte ich mit denen er ist okay entweder du machst jetzt irgendwas tolles singst in deinem let's play ich habe schon mal im let's play gesungen ich sing sogar öfters mal ok dann komme ich zu spät oder die dias landen in der lava und in der unendlichen weiten der hölle genau bei den geistern ich drehe mich jetzt immer zu dir um wenn ich an den klippen stehe ne ich gucke ich gehe an die klippe sneaken und dann zu skate umdrehen du das bringt dir einen scheißdreck wenn du sneaks ne ich hau die strost der wäsch ich hau die strost der wäsch da ist noch mal ne warum ist da jetzt ein blaze ooooh das hat er uns gesehen ne ich bin nur fast runtergefallen gegen blazes möchte ich jetzt nämlich eigentlich nicht kämpfen ich bin total unproduktiv grad da fällt mir grad auf also hier runter also das hier sind hier treppen ja es ist ein fehler drin ich weiß das kann nicht aufgehen ich brauche nochmal hier mehr in die richtung hier irgendwie so ein geländer oder so hin oder sowas ach geländer sind für anfänger ja sagt der typ der eben einfach mal schnurstreik in die lava reingerannt ist ne also ach überleben ist auch für anfänger ok geländer wäre vielleicht doch ganz cool merke ich gerade ah ne na doch ne 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 ja ganz schlecht in so kunst voll bauen das kannst du besser das kann ja auch nicht viel besser he da bin ich auch nicht gerade gut drin ja genau das meine ich hier mit diesen mit den Mauern ja das sieht geil das ist nicht schlecht aus von oben ok von unten sieht es auch ganz ok aus nur noch ein block ein genau sieht das sogar ein bisschen aus wie so ein kleiner balkon da oben kann man so lassen finde ich mir so schön hier hinstellen und dann so ach ja vor allem die aussicht die ist der hammer die ist einfach nur gut aus runter ja und von hier aus überlegen also eigentlich müssen wir darüber bauen eigentlich damit hast du nicht gerechnet ich dachte jetzt weißt du du standst so schleichen da ich habe gedacht der rechnet jetzt damit dass ich ihn gleich wieder runter schlag ich habe ich habe eigentlich damit gerade so am rechnen war wenn ich jetzt schlage okay jetzt habe ich kein schlechtes gewissen mehr ich habe angst also einfach hier so rüber heute ist einfach mal ja aber macht das momentan nur aus cobblestone weil im 9 9 in der 1.5 kann man doch den stone brick auch herstellen den der stone brick ne ja kann man jetzt noch nicht ne kann man noch nicht genau das heißt das kann man dann kann man schön die brücke hier weiter bauen bis jetzt müssen wir das aus cobblestone rüber pfuschen tschüss was tschüss ich bin runter gesprungen ich dachte ich gerade was geht bei dir ab ja bau das auch noch gar nicht das reicht ein kleiner weg drüber dass man hier mal rüberkommt naja so du und dann muss das laufen ich guck mich mal nicht guck mich gar nicht in der netherfestigung das wäre sehr unklug mich jetzt in der netherfestigung ich werde hier fast runtergestürzt hat nicht viel gefehlt so haben wir noch treppen boah die reichen vielleicht gerade so warum steht hier eigentlich dieser alte kunden der eine gravel der steht einfach mal so ein bisschen in der luft rum das ist ja nicht geschafft wenn du den jetzt wegschlägst stimmt cool das zum thema blocky scheiße jetzt nicht nach hinten gehen ich will nicht für den tod verantwortlich sein das bist du eh schon als du mich vorhin in glava geschuckt hast ja ja ich bin da nicht von selbst rein gerannt das warst du ja klar ich war zwar glaube ich 30 blöcke hinter dir aber du warst sogar schon vor mir oder ne du warst hinter mir ne ich war hinter dir du hast mich reingeschlagen hab ich das gefilmt und hab gelacht ja genau mit der camera in der hand ich hab's genossen oh man der weg wurde aber ziemlich geil wie sieht das denn aus wenn man das jetzt hier so oder so ja so sieht es besser aus oder soll man hier auch Koppel hinbauen ne ah ne lasst es so wie es ist so sieht es gut aus ok das können wir auch so ja das passt genau so wie es ist passt da haben wir nämlich auch den Weg geschafft und ich würde sagen wenn wir jetzt gerade weil das ist gerade so ein wunderschöner Zeitpunkt wo man Schluss machen könnte finde ich und wir haben auch gerade 45 Minuten dass es passt das sind perfekte drei Parts ja da würde ich sagen ja wenn du nichts dagegen hast wenn du jetzt nicht unbedingt noch einen Part aufnehmen wolltest würde ich sagen wir machen einfach genau an dieser Stelle einen Schnitt weil es passt gerade alles so gut ja weil ich musste eine Sache machen eine Sache eine Sache gib mir noch eine Minute ne das schaffe ich nicht gib mir zwei Minuten na dann bringe ich nämlich noch ganz kurz die Sachen zurück damit du die nicht hier verlierst das können wir auch offscreen von der Aufnahme machen ja 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 alles klar dann laufen wir jetzt noch schnell zurück in meine Wohnung oder machen einfach ein Ende im Nedder hatten wir das letzte mal waren wir nämlich in meiner in meiner Hütte in meinem Haus da machen wir dieses mal bleib stehen ich bin so schnell wie du da machen wir dieses mal eben ein Ende im Nedder verlauf dich nicht hä wo läufst du eigentlich näher hin wo bin ich hingerannt aber ich muss da runter hä ich hab mich wir haben uns falsch geleitet ja ich hab mich auch gewundert als du auf einmal von den Schienen weggelaufen bist wir müssen hier ey wir müssen hier runter so jetzt aber ich bin jetzt einfach mal hinterher gerannt ich hab gedacht du wirst schon wissen wo es hingeht ich folge mir niemals das ist nicht gut das ist wir sollten uns einfach generell nicht äh beiden folgen du ich nicht dir und du nicht mir dann ist alles gut und wenn du mich jetzt runterschubst ich oh das hat mich wirklich ich hatte schon den Finger an der Maus das machen wir dann das nächste mal noch dann machen legen wir die Schienen ich muss ja aber das nächste mal schon dass wir die Command Blocks haben ho 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 natürlich auch screenen dass keiner merkt weil nachher bezeichnet man dich noch als Cheater ja ja das sieht man dann gar nicht das baue ich schon hier gerade auf dem Server wenn ich schon da bin ich bin hier Admin aber ich muss sagen das sieht echt geil aus also wenn dann nachher noch Schienen drauf liegen und dann rum also ich denke es wird auch ziemlich geil werden ich kann nicht mehr sprinten komm wir stellen uns gerade da oben ja jetzt schießt doch uns Gast hier oh ne ich komm zurück das Portal weigert sich nicht zu porten oh gott da oben ist dann wieder der nächste Kackgeist jetzt oh ja ich komm rein und seh nur so ne Kugel fiegen yeah was hat sie mir gegeben Gunpowder 2 Gunpowder geil gut dann treffen wir uns jetzt hier und ich gehe doch mal hier in den anderen Modus so dass wir uns auch beide sieht dann würde ich sagen das war der nächste Gast ich bin echt momentan echt drauf mit den Gästen ja auch Minecrafty auf seinem Kanal auf jeden Fall mal vorbeischauen der zweite Gewinner meines fern nein nein okay ich unterbreche dich nicht mehr ich hoffe und brennt seinen Kanal ab so wie ich ihn und mein Ohr jetzt F5 genau so und man sieht sich dann im nächsten Part wieder genau brenn mich nochmal an ja ja ciao tschüss tschüss